Offene Grenzen zwischen Polen und Deutschland. Friedlich und unerwartet schnell war im November 1989 Freiheit möglich geworden. 20 Jahre danach kommen Christen in Tschechien, Ungarn, Polen und Ostdeutschland zu Wort. In Prag erinnert sich ein ehemaliger Geheimpriester über die Bedeutung der Kirchen im kommunistischen Zeitalter. Gewinnt das Christentum an Terrain zurück oder verliert es an Einfluss? Eine Frage, die in Polen Schüler mit ihrer Religionslehrerin diskutieren. In Ungarn erläutert Sultan Puchat die Bedeutung der christlichen Laiengruppen für den Wandel seines Landes. In einem Benediktinerkloster spricht Erzabt Imre Astrik-Vasegi über die gesellschaftliche Aufgabe der Kirchen im heutigen Ungarn. Prag Die Kirchen und Kirchen auf der einen Seite, Kommerz und Konsum auf der anderen. Die neue kapitalistische Gesellschaftsordnung prägt das Straßenbild. Nur etwa ein Drittel der Tschechen gehören noch einer Kirche an. Das Land ist atheistisch geprägt. Einen ganz anderen Weg ging vor 20 Jahren der Gegenschwester Wojtjecha. Sie erlebte die samtene Revolution als Physikstudentin in Prag. In Freiheit schmiss sie ihr Studium hin und wurde Franziskanerin. Wir Studenten waren alle zusammen in diesem Gebäude. Wir haben es besetzt und ließen niemanden rein. Dann haben wir Plakate und Flugblätter gedruckt und überall verbreitet in Prag. Und dann außerhalb auf dem Land. Am Anfang hatten wir sicher Angst. Denn beim Verteilen der Flugblätter musste man anfangs vorsichtig sein. Sonst hatte man plötzlich einen Unfall, verursacht durch die Polizei. Davor hatten wir Angst. Aber wir hatten auch einen großen Enthusiasmus und waren jung und stark. Ausgelöst wurde die samtene Revolution, nicht zuletzt durch die Ereignisse am 17. November 1989. In der Prager Nationalstrasse Narodny ging die Polizei mit brutaler Härte gegen eine friedliche Studentendemonstration vor. Es war hier, in dieser Straße. Die Studenten kamen vom Nationaltheater und wollten zum Wenzelsplatz. Aber die Straße war von der Polizei gesperrt. Dort die Polizisten, gepanzert von Kopf bis Fuß. Nur ihre Augen konnte man noch sehen. Und da, die Studenten. Sie wurden eingekesselt und konnten nicht mehr entkommen. Und sie schlugen sie und brachten sie in Fahrzeugen weg von Prag. An den 17. November 1989 erinnert heute ein Denkmal. Die Revolution ging jedoch weiter. Schon bald versammelten sich die Massen wenige Straßen weiter auf dem Wenzelsplatz. Es folgten Großdemonstrationen mit bis zu 750.000 Menschen. Ich erinnere mich an diesen Tag. Es war am 21. November 1989. Mein Geburtstag. Es war ein Geschenk für mich, als unser späterer Präsident Václav Havel hier sprach. Am Mittwoch wurde im Radio Angst geschürt. Regierungstreue Personen warnten davor, auf den Wenzelsplatz zu gehen. Militär sei da. Und außerdem sei es sehr gefährlich. Aber wir kamen dennoch. Doch wir sahen auf den Dächern überall Soldaten mit Gewehren. Bereit auf uns zu schießen. Alles blieb friedlich. Auf die Menge wurde nicht geschossen. Doch jeden Tag kamen mehr Menschen auf den Wenzelsplatz. Bis am 29. Dezember 1989 Václav Havel zum neuen Präsidenten gewählt wurde. Freiheit war möglich geworden, auch für die Kirchen. Nach 20 Jahren in Freiheit müssen wir darüber nachdenken, wie wir den Menschen heute dienen können. Wir müssen heute die richtigen Werte anbieten, die die Menschen brauchen. Das ist eine große Aufgabe. Es ist ein großer Job. Die Sakristei der Universitätskirche St. Salvatore in Prag. Studentenseelsorger und Rektor der Universitätskirche Tomasz Hallig war in der ehemaligen Tschechoslowakei Geheimpriester. Für mich war nur eine Möglichkeit die geheime Kirche. Also ich studierte Theologie geheim in den Privatwohnungen. Zeit zur Zeit kamen zu uns auch die Theologen aus Westen, die Vorträge zu halten. Die kamen als Privattouristen und hatten in den Privatwohnungen die Vorträge gehalten. Das war zum Beispiel der heutige Kardinal Kasper oder der heutige Kardinal Schenborn oder Hans King oder Johann Baptist Metz. Es war ganz gefährlich, Priester zu sein in der Untergrundkirche. Und einige geheim geweihte Priester waren auch totgefunden. Ich erinnere mich an den Moment, wenn mein Freund kam zu mir mit dieser Nachricht, dass einer von diesen Priester wurde ermöglicht und hat mir gefragt, hast du Angst? Und ich habe gesagt, ja selbstverständlich habe ich Angst. Aber Angst ist nicht Motiv von meinem Leben. Thomas Hallig blieb seiner Kirche im Untergrund treu bis 1989. Einen Tag vor dem Fall der Berliner Mauer war er zu Besuch in Rom. Ich hatte einen langen Gespräch mit dem Papst und er hat gesagt, sehr bald, sie werden frei. Und ich habe gesagt, ja vielleicht, ja das kann ich nicht glauben, das wird vielleicht längere Zeit noch dauern. Und der Papst sagt, nein, nein, sie werden sehr bald frei. 20 Jahre danach reflektiert Thomas Hallig den Weg seiner Kirche in die Freiheit. Nach der Wende war hier eine große Begeisterung und auch viele Sympathisanten mit der Kirche. Aber wir haben viele dieser Sympathisanten wieder verloren. Weil die Leute bei uns brauchen wirklich einen qualifizierten Partner für einen Dialog. Also eine Evangelisierung ohne Inkulturierung, eine Evangelisation wie eine Indoktrination, das hat keine Chance. Thomas Halligs Gottesdienste sind stets bestens besucht. Über 800 Studenten hat er in den letzten 20 Jahren getauft. Diese Kirche ist sehr bekannt unter uns Studenten, wegen der freundlichen Atmosphäre hier und dem Priester Thomas Hallig. Das war meine erste Wahl. Christ sein ist in Tschechien out. Du gehörst nicht zur Mehrheit. Du bist die Ausnahme. Es bedeutet, gegenüber sich selber und den anderen Rechenschaft abzulegen. Warum man glaubt. Dabei kann man keine simplen Antworten geben, denn die Gesellschaft hier akzeptiert solche nicht. Das bedeutet für mich, kritisch zu sein, auch gegenüber der Kirche. Deswegen komme ich gern hierher. Vor allem wegen Thomas Hallig. Auch in Ungarn wurden Christen von den Kommunisten bedrängt. Angst und Bespitzelung waren in den 60er Jahren an der Tagesordnung. Viele Christen wurden verfolgt, unterdrückt und ins Gefängnis gesperrt. Der Tag meiner Verhaftung war sehr interessant. Ich hatte nämlich darauf gewartet, dass ich verhaftet wurde. Anfang 1961 wurden viele Mönche, Kirchenleute, Priester und auch Laien verhaftet. Und als ich dann ins Gefängnis kam, traf ich sämtliche Bekannte aus den christlichen Untergrundgruppen wieder. Somit war klar, dass sie bereits alles über mich wussten. Alles, was ich gemacht und mit wem ich gesprochen hatte. Und somit war klar, dass ich nichts verheimlichen konnte. Ich wurde dann angeklagt wegen Hochverrats bzw. Vorbereitung eines Umsturzes. Sie behaupteten, dass ich die kleinen Gemeinschaften oder Gruppen nur gegründet habe, um im Falle eines Umsturzes mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Trotz Repressionen und Verhaftungen, auch in den 70er und 80er Jahren, waren die kirchlichen Basisgruppen weiterhin von großer Bedeutung für Ungarns Christen. Sultan Puchat gründete als Jugendlicher eine solche christliche Untergrundgruppe. Unsere Gemeinschaft in 1972 hat zu keiner grossen Organisation gehört. Wir haben einfach getroffen, wir haben Ausflüge gemacht. Also unser ganzes Leben hat irgendwie in dieser kleinen Gemeinschaft passiert. Anfang der 90er Jahre gründete Sultan Puchat Halo. Das ist ein Netzwerk von etwa 1000 christlichen Laiengemeinschaften in Ungarn und seinen Nachbarländern. Im ehemaligen Franziskanerkloster, mitten in Budapest, wird die Arbeit des Netzwerkes koordiniert. Das Leben in Freiheit stellt die christlichen Laiengruppen vor neue Herausforderungen. Was bedeutet für einen christlichen Mann die Freiheit? Also ich denke, die Freiheit von Jesus, das bedeutet es. Freiheit, also im Kapitalismus, bedeutet etwas anderes. Es ist ganz einfach gegen eine Macht, eine brutalische Macht, einen Kampf zu haben, wie der damalige Sozialismus war. Heutzutage sollen wir für uns selbst entdecken, was wirklich für uns die Freiheit ist. Gut eine Stunde von Budapest entfernt liegt die Benediktinerabtei Pannonhalma. Schon von Weitem sieht man den heiligen Berg Pannoniens. Neben der altehrwürdigen Klosteranlage gibt es seit 1939 ein Internat. Viele Eltern, die heute ihre Kinder nach Pannonhalma schicken, haben hier selbst während des Kommunismus die Schulbank gedrückt. 19 Benediktinermönche und 20 weltliche Lehrer unterrichten etwa 360 Schüler. Seit 18 Jahren ist Imre Astrik-Wasegi Erzabt des Benediktinerklosters. Noch in der Zeit des Kommunismus wurde er außerdem zum Weihbischof ernannt. Wir mussten gesund für uns kämpfen. Und diese Kampflust gibt uns viel Kraft. Heute fühle ich ab und zu, dass wir müde sind. Natürlich nach langem Kampf ist man müde. Aber kämpfen für das Gute. Und das hatte hier und da Chancen und Möglichkeiten. Das war eine andere Welt. Was die Bedrohung der Kirche oder unserer Ordnung betraf, das war jeden Tag vorhanden. Das war in der Tradition überall, also dass der Geheimpolizist in uns selber eingebaut, interiorisiert worden ist. Und davon mussten wir Jahr für Jahr, Schritt für Schritt uns also befreien, uns frei begegnen. Offiziell ist heute jeder zweite Ungar römisch-katholisch. 20 Prozent sind Kalvinisten bzw. Lutheraner. Und nur 15 Prozent der Ungarn gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Auch für die Schüler in Pannonhalma sind Glaube und Religion sehr wichtig. Jeden Sonntagabend treffen sich die Schüler zu Gespräch und Gebet. Und zwar freiwillig. Sie machen sich Gedanken über ihre Rolle als Christen in der ungarischen Gesellschaft. Der ganze Glauben Christus ist sehr wichtig für mich. Viele Jugendliche von heute sagen, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott und ich brauche keinen Gott. Aber wenn sie wirklich nachdenken, merken sie schon, dass sie einen Gott brauchen. Gott verlässt uns niemals. Die Schüler halten die Meinung des Erzabts für wichtig. Wir müssen die Seele in den Menschen halten. Wir müssen die Leute trösten. Und wir dürfen nicht vorzeigen, dass wir ohne Hoffnung leben. Seit 1945 teilt die Neiße die Stadt Görlitz in einen deutschen und einen polnischen Teil. Im Osten liegt heute die polnische Grenzstadt Skorzelec. Wie in Görlitz, so ist auch hier seit Anfang der 90er Jahre Religion an den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Danuta Vinyarska ist Lehrerin für katholische Religion. Jede Klasse von der ersten in der Grundschule bis zum Abitur haben zwei Stunden Religion in der Woche. Ja, anfangs vielleicht war das schwierig. Es gab keine Religionsbücher. Das war vielleicht so mehr chaotisch. Es gab keine konkreten Programme zum Unterrichten. Wer nicht am Religionsunterricht teilnehmen möchte, geht in Ethik. Problem nur, noch gibt es nicht ausreichend Ethiklehrer in Polen. So viele werden aber auch nicht gebraucht. Neun von zehn polnischen Schülern nehmen teil am katholischen Religionsunterricht. Für mich ist Religionsunterricht wichtig und spielt eine große Rolle in meinem Leben. Die Themen sind sehr interessant. Das sind Familienthemen, Ethik und moralische Dinge. Meine Klasse und ich sind sehr daran interessiert. Ja, in meinem Leben spielt die Kirche eine große Rolle. Ich gehe in die Kirche, ich gehe zu den Sakramenten und ich schäme mich nicht dafür. Was mir gut an Johannes Paul II. gefiel, war seine Offenheit. Er hat nicht nur aus dem Vatikan über die Menschen regiert, sondern er hat auch viele Reisen gemacht. Er hat mit einfachen Menschen gesprochen und mit seiner Haltung gezeigt, wie man den Glauben lebt. Die Brücke Papst Johannes Paul II. verbindet heute das polnische Skorzelec mit dem deutschen Görlitz. Unter der Brücke fließt die Neiße. Auf polnischer Seite und auf deutscher erinnern in der jeweiligen Landessprache Gedenktafeln an den verstorbenen Papst. In Polen ist der ehemalige Kardinal von Krakau ein Nationalheld. Der Papst hat für uns damals sehr große Rolle gespielt. Das war der einzige Mann, der für uns in Polen damals eine Autorität war. In Polen spielte die Kirche vor allem hinter den Kulissen eine bedeutende Rolle. Als Papst Johannes Paul II. zum ersten Mal nach Polen kam, machte Danuta Winyarska gerade ihr Abitur in Skorzelec. Da haben wir Schüler freigemacht und sind wir ins Kulturhaus in Skorzelec gegangen, wo ein Fernseher stand. Und wir haben geschaut, als der Papst nach Polen kam und auf dem Platz die Rede gesprochen hat. Das war für uns richtig ein Erlebnis, obwohl wir damals Jugendliche waren. Das war ein Mensch, der offiziell sprach, was wir nur damals denken konnten, nicht? Dürften. Das war jemand, der für uns offiziell für die ganze Welt redete, wie wir wollten. Also ein sogenannter uns Advokat. Auch im benachbarten Görlitz richteten sich die Hoffnungen auf den polnischen Papst Johannes Paul II. Der heutige Dompobst des Bistums Görlitz, Peter Birkner, hatte in den 70er Jahren den damaligen Krakauer Erzbischof, Karol Wojtyla, bei einem kirchlichen Geheimtreffen kennengelernt. Dass er ein Mann war, der weit über polnische Grenzen hinaus denken konnte und fühlte und auch handelte, soweit wie es ihm möglich war, das war ja uns bekannt. Auch der damalige Bischof von Görlitz, Bernhard Huhn, setzte sich für die Freiheit der Menschen ein. Er war nicht anders eingestellt als die anderen Bischöfe hier in der DDR auch. Nämlich alles tun, um möglichst viel Freiheit für die Menschen hier herauszuholen. Und alle Bischöfe waren derselben Meinung gewesen. Er war immer darauf bedacht, dass sie eine große Menge von Menschen hinter sich haben, die sie mit reinreißen könnten, wenn es schief geht. Es gab Situationen, in denen wir Angst hatten. Ich denke da zum Beispiel daran, dass die Diözesan-Jugendsil-Sorge aufgerufen hat zu einem Gebetsgottesdienst in die Marienkirche nach Cottbus. Das ist bei den Staatssicherheitsdiensten eher da gewesen als beim Bischof. Der Bischof wurde sofort gerufen und da wurde gefragt, was alles passieren wird. Und dann war die Folge davon, wir werden diese Veranstaltung nicht verbieten. Aber bitte denken Sie daran, sobald außerhalb der Kirche irgendeine Demonstration geschieht, sind wir in unmittelbarer Nähe und wissen nicht, wie das ausgehen könnte. Aber das System des Kommunismus wurde immer brüchiger. Der Drang nach Freiheit war nicht mehr zu halten. Im Herbst 1989 entschieden sich die Menschen gegen ein System von verordnetem Denken und Parteigehorsam. Nach der deutschen Einheit folgte allmählich ein Zusammenwachsen Europas. Als im September 2004 die Europabrücke zwischen Görlitz und Skorjeletz wiedereröffnet wurde, erinnerte Papst Johannes Paul II. in einem Grußwort an die gemeinsame deutsch-polnische Geschichte. Für Peter Birkner ist die Brücke heute ein Symbol für einen ersten Schritt der Verständigung zwischen zwei Völkern in einem sich wiedervereinigenden Europa. Die Brücke ist Ausdruck dessen, was zwischen unseren Völkern passieren muss. Wir dürfen nicht gleich an Versöhnung denken. Versöhnung ist ja erst möglich, wenn auch Menschen sich einander verstehen. Wir müssen Verständigung bringen. Und Verständigung ist nur möglich, wenn wir uns begegnen. Und das kann nur über die Brücke sein. Begegnung, Verständigung, Versöhnung. Der Weg in ein geeintes Europa hat auf dieser Brücke längst begonnen. Ob in Polen, Deutschland, Tschechien oder Ungarn. Kirchen schaffen Freiräume und überwinden Grenzen, sodass Christen gemeinsam die Einheit Europas gestalten können. Der Papst hat für uns damals sehr große Rolle gespielt. Das war der einzige Mann, der für uns in Polen damals eine Autorität war. Hast du Angst? Und ich habe gesagt, ja selbstverständlich habe ich Angst. Aber Angst ist nicht Motiv von meinem Leben. Wir müssen die Seele in den Menschen halten. Wir müssen die Leute trösten. Nicht vorzeigen, dass wir ohne Hoffnung leben. Nach 20 Jahren in Freiheit müssen wir darüber nachdenken, wie wir den Menschen heute dienen können. Wir müssen heute die richtigen Werte anbieten, die die Menschen brauchen. Das ist eine große Aufgabe. It's a great job. Was bedeutet für einen christlichen Mann die Freiheit? Also ich denke, die Freiheit von Jesus, das bedeutet es. Freiheit, also im Kapitalismus, bedeutet etwas anderes. Heutzutage sollen wir entdecken, was wirklich für uns die Freiheit ist. Arbeit, also in der Luft geigetäuern. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020